In diesem Film will ich euch zuerst die letzte Szene zeigen. Auflösung einer Straßenblockade in Berlin auf die harte Tour. Also Vorsicht, wenn ihr Gewaltdarstellungen schwer aushalten könnt, überspringt die Szene lieber. Dann bitte ich sie jetzt, rüber zu gehen. Jetzt sofort. Ansonsten werde ich in Schmerz kriegen. Drei, zwei, eins, dann los. Schmerzgriffe, Bußgelder oder gar Gefängnisstrafen halten die Aktivisten der letzten Generation vor den Kipppunkten nicht vom Protestieren ab. Sie haben sich ganz und gar dem Aktivismus verschrieben. Wenn es irgendwann so weit ist und sich mehrere Strafen anhäufen, dann bin ich auch bereit, diese im Gefängnis dann abzusitzen. Wie ist die letzte Generation organisiert? Wer finanziert sie? Und was sind ihre Ziele? Um das zu beantworten, habe ich die Proteste wochenlang begleitet. Die erste Straßenblockade für diesen Film drehe ich Mitte März in Dresden. Die Wut auf die Blockierer ist groß. Hau ab! Ihr Idioten, haut ab! Ihr seid wirklich die letzte Generation, das allerletzte, die letzte Scheiße seid ihr! Die Stimmung aufgeheizt. Die Blockade ist nicht angemeldet. Die Polizei noch auf dem Weg. Noch sind nicht alle angeklebt. Nach und nach fixieren die Aktivisten ihre Hände mit Sekundenkleber auf der Fahrbahn. Die Leute kommen alle von Arbeit und wollen arbeiten gehen. Die haben Termine. Und du stehst hier auf den Platz, dann kannst du demonstrieren. Ich kann ihn gut verstehen, aber ich würde mir wünschen, dass sie das jetzt hier nicht direkt vor mir machen, bitte. Und warum nicht? Weil ich mich ein bisschen bedrängend fühle von ihnen. Naja, du bedrängst die alle hier. Die Angriffe der Autofahrer und Passanten lassen die Blockierer über sich ergehen. Ziviler Ungehorsam? Ja. Gewalt? Nein. Das ist ihre Proteststrategie. Auf vier Fahrstreifen hat sich die Gruppe vor dem Dresdner World Trade Center festgeklebt. Die Aktion scheint gut geplant und sorgfältig vorbereitet. Knapp eine Stunde benötigt die Polizei, um die insgesamt 15 Aktivisten von der Straße zu lösen. Was glaubt ihr, ist ziviler Ungehorsam legitim und mit unseren demokratischen Werten vereinbar? Oder sollten Polizei und Justiz doch viel härter durchgreifen? Schreibt es uns in die Kommentare. Ich treffe mich mit der Wirtschaftspsychologin Maria Christina Nimmerfroh. Sie untersucht, wie Protestgruppen und NGOs ihre Ziele umsetzen. Hat dafür sogar undercover an Blockadetrainings der letzten Generation teilgenommen. Das ist eine Situation, in der die Bedrohung von außen sehr groß ist. Aggressive Autofahrer, Auseinandersetzung mit der Polizei. Das schweißt diese kleine Gemeinschaft nach innen zusammen, erzeugt eine hohe Abhängigkeit und Bindung. Und damit auch eine hohe Disziplin gegenüber den einzelnen Taten und Strukturen, die dazu notwendig sind. Disziplinierte Aktionen, exakte Planungen. Das will ich mir genauer anschauen. In Dresden, bei der Vorbereitung einer Blockade einer Brücke, dem blauen Wunder, darf ich nach langen Diskussionen dabei sein. Ich drehe alleine, nicht wie sonst im Team. Ich bin extrem nervös wegen morgen, wie das abläuft, ob das alles steht, ob es alles passt. Und ich würde jetzt mal starten und euch ein paar Infos geben für morgen. Wir werden eine Straße blockieren, die keine Trennung in der Mitte hat. Das heißt, es werden Gegenverkehr und, also Verkehr und Gegenverkehr quasi werden aneinander vorbeigeführt werden. Es wird aber einen Doppelstreifen geben quasi in der Mitte, der die beiden Fahrbahn auch trennen sollte. Ich würde es einmal rum geben und zwar seht ihr da die beiden Spuren in die eine Richtung. Hier werden wir blockieren. Alle Aktivisten haben eine klare Rolle mit einer internen Bezeichnung. Die Blockierer werden Bienen genannt und die Unterstützer Hummeln. Es gibt sogar Wildbienen und Schmetterling, aber dazu später mehr. Die Planung übernimmt die Bienenkönigin, Hanna. Nach dem jetzigen Plan würdet ihr zwei die Rettungsgasse bilden. Seid ihr damit einverstanden? Carla, du könntest dann Arne kleben, Hand in Hand und Carla auf dem Boden. Bei dir wäre es die rechte Hand. Für die Rettungsgasse kleben sich zwei Aktivisten gegenseitig an den Händen fest. Können so im Notfall eine Lücke freimachen. Das Wichtigste kommt zum Schluss. Pakete voll mit Sekundenkleber. Wir werden das wuppen. Ich bin sehr zuversichtlich. Früh am nächsten Morgen. Per SMS haben wir und andere angemeldete Pressevertreter Koordinaten für einen Treffpunkt bekommen. Wir werden abgeholt. Auch die Polizei scheint einen Tipp bekommen zu haben. Die Beamten sind bereits vor Ort. Unser Guide soll uns eigentlich zur Blockade bringen. Doch irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Sieht so aus, als haben sie gerade die Presse für so ein Ablenkungsmanöver benutzt, um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken. Die Polizei hat gedacht, die Journalisten laufen alle dahin, also wird's da sein. Jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Dann geht es auf einmal schnell. Vor den Augen der Polizei gelingt es den Aktivisten, sich auf die Fahrbahn zu setzen. Bevor der Sekundenkleber trocknen kann, werden sie von Autofahrern wieder von der Straße bezogen. Nach mehreren Versuchen steht die Blockade, mitten in der morgendlichen Wash-Aure. Wir behindern die Leute am Arbeiten, dass sie in die Schule gehen können. Kann ich Ihnen sagen, dass das hier die Möglichkeit ist, wie wir es schaffen, dass Menschen sich überhaupt für den Klimaschutz wieder interessieren, dass er wieder in den Nachrichten ist. Unser Ziel ist es, dass die Politik wieder Klimaschutz auf dem Plan hat. Es geht darum, dass die Menschen wieder begreifen, wie wichtig die Zivilisation ist und dass der Klimawandel und der Klimakollaps unser komplettes Überleben bedroht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie groß ist Deutschland? Groß. Historisch gesehen sind wir der sechstgrößte CO2-Emittant der Welt. Gut, und was ist mit den ganzen Ländern China, USA, Indien? Was tun die für den Klimaschutz? Was können wir als alleiniges Land bewirken? Aber was bringt es Ihnen, die anderen Länder zu kritisieren und nicht selber zu reden? Die lachen über uns. Wir sind in Deutschland und ich bin Deutsche und deswegen möchte ich auch, dass meine Regierung die Tiere umsetzt. Und ich bin auch für Klimaschutz und ich bewege mich auch ganz normal wie jeder andere Bürger. Aber ich nehme mir nicht das Recht raus, alle Menschen hier an ihrem alltäglichen Leben in der Gesellschaft zu behindern. Auf den Transparenten der Verweis auf den Artikel 20a des Grundgesetzes. Darin heißt es, der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen. Wir haben so viel Respekt vor dem Rechtsstaat. Wir erinnern ihn daran, dass er sich selber zur Pflicht gemacht hat, unsere Lebensgrundlagen zu schützen, eben Artikel 20a. Es geht uns darum, dass wir der Feueralarm sind, der vor dem drohenden Klimakollaps warnt, der eigentlich jetzt schon im Laufen ist. Es geht darum, dass wir jetzt noch zwei, drei Jahre lang die Möglichkeit haben, wirklich etwas zu verändern und das ganze Unheil zumindest zu einem gewissen Grad abzuwenden. Das Räumungsteam der Dresdner Polizei ist inzwischen auch vor Ort. Mit besonderem Equipment. Im Einsatzkoffer Pflanzenöl, Spritzen und Kochlöffel. Aber sie sind schon gut vorbereitet inzwischen. Ja, mittlerweile hat man Training. Das Öl löst den Sekundenkleber. Das Lösen ist meistens unangenehm, einfach wegen der Reibung. Also gerade mit den Holzspateln. Bei anderen Menschen wird es ja auch mit Molbinden oder Zahnseide gemacht, was oft zu Blutungen und Verletzungen führt. Sie macht das jetzt eigentlich ganz sanft, das ist okay. Aber ich spüre meine Hand nicht mehr wirklich. Die zusammengeklebten Hände von Hanna und ihrem Mitstreiter löst die Polizei nicht. Sechs Beamte packen gleichzeitig zu. Die Aktivisten stehen mit Gesicht und Namen zu ihren Taten, machen der Polizei keine weiteren Probleme. Aufs Revier geht es für die beiden trotzdem. Es gibt einen großen Unterschied zu linken Gruppierungen, die heute in Deutschland aktiv sind. Für linke Gruppen ist der Staat traditionell eine Art Gegner, vor dem man sich versteckt und zurückzieht und wo man keinen Einblick in die Aktivitäten gewinnt. Die letzte Generation instrumentalisiert den Staat, insbesondere Polizei und Justiz und integriert das in die eigenen Marketingaktivitäten. Eben zum Beispiel durch das Zurschaustellen von Wegtragen oder durch die Zelebrierung von Gerichtsprozessen. Das ist eine völlig andere Sicht auf den Staat und damit auch eine völlig unterschiedliche Organisationskultur. Vor der Polizeidirektion Dresden hat sich das Support-Team versammelt, wartet auf die Entlassung der Bienen, der Blockierer und Blockiererinnen. Nach nicht einmal einer Stunde ist die Beweisaufnahme schon erledigt. Erleichterung. Insgesamt gehören rund 100 Unterstützer zu der Dresdner Widerstandsgruppe. So nennen sie sich selbst. Ähnliche Gruppen gibt es auch in Leipzig, in Magdeburg und in Greifswald. Diese Gruppen seien jedoch weisungsgebunden. Das erzählt mir die Wissenschaftlerin Maria-Christina Nimmerfroh. Die letzte Generation ist sehr zentralistisch organisiert. Wir haben für den deutschen Bereich ein dreiköpfiges Führungsteam. Und dann gibt es noch ein Strategie-Erweiterungsteam von einigen mehr Personen. Und dort werden die wesentlichen Entscheidungen getroffen. Die Form der Proteste, Zeit- und Maßnahmenplanung, die Budgetform und auch die Mobilisierung vor Ort. Kernteam und Strategie-Team entscheiden über die Kampagnenziele der letzten Generationen und geben diese an verschiedene Arbeitsgemeinschaften weiter. Wie zum Beispiel das Legal-Team, das Finanz-Team oder das Presseteam. Dazu gibt es insgesamt sechs regionale Strategie-Teams, in denen die Kampagnenziele an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Die regionalen Strategie-Teams unterweisen dann die einzelnen Widerstandsgruppen in den Städten. Also die Aktivisten und Aktivistinnen, die sich letztendlich auf der Straße festkleben. Es hat einiges an Überzeugungsarbeit gekostet und hat dann doch geklappt. Ich kann bei einem Treffen des Strategie-Teams Ost dabei sein. Es findet in der Wohnung von Lars statt. Lars ist 19 Jahre alt und so etwas wie ein Vollzeit-Aktivist. Er wird sogar bezahlt. Wenn ich mich auf die Straße klebe, das finanziert keine Organisation, keinen Arbeitgeber, niemand. Das mache ich in meiner Freizeit. Aber zum Beispiel Vorträge zu halten oder Menschen darüber aufzuklären, was ist ziviler Widerstand, was sind vielleicht rechtliche Konsequenzen davon. Mit Menschen, die auch politische Entscheidungen treffen, in Kontakt zu kommen, mit den Medien zu reden. Das ist alles gemeinnützige Arbeit. Wie die Finanzierung der letzten Generation genau funktioniert, dazu später mehr. Heute geht es um die Planung von Protesten in Berlin. In knapp einem Monat soll es losgehen, mit so vielen Menschen wie möglich aus ganz Deutschland. Wir haben so viele Ideen, wie wir den Berlin-Hype noch verbessern können. Wir brauchen Wildbienen und da bin ich auch sehr gespannt oder wünsche mir, dass wir da auch einige haben, um da auch ein bisschen zu eskalieren. Wildbienen sind Personen, die bereit sind, durch extreme Aktionen besonders hohe Strafen auf sich zu nehmen. Das kann bei Geldstrafen bedeuten, dass nur das Existenzminimum bleibt. Ein Leben unterhalb der Pfändungsgrenze. Da halt irgendwie so einen Perspektivwechsel, auch da die Aufklärung zu kriegen, dass du halt auch mit 1.700 Euro, 1.237 Euro, oder das stimmt. Dass du auch damit ein erfülltes Leben führen kannst. Also es ist ja auch einfach so eine Aufklärungsarbeit. Und die Aufklärung dann eben am besten im Dialog, im Austausch mit Menschen, die das ja jetzt schon betrifft. Eben nicht so ein trockener Input vom Legal-Team, sondern einfach mit entsprechenden Wildbienen, die das halt einfach jetzt schon machen. Nur neun Tage später treffe ich Lars in Hamburg wieder. Eine kurze Zeit, in der viel passiert ist. Lars das im Knast, genauer gesagt in Präventivhaft, sollte so daran gehindert werden, an weiteren Blockaden teilzunehmen. Drei lange Tage mit jeweils nur einer Stunde Hofgang. Das ging mir, kurz gesagt, sehr scheiße. Also es kommt immer im Nachhinein nochmal hoch und auch jetzt merke ich noch, wie ich erschöpft bin und wie das doch was ist, was nicht an mir vorbeigeht. Also 23 Stunden in der Zelle zu sein, für was, wo ich denke, das ist doch legitim und das muss doch gehört werden. Und hier werden gerade meine Lebensgrundlagen zerstört und dann komme ich dafür ins Gefängnis. Das hat nochmal einen ganz anderen Beigeschmack. Der Grund für den Knastaufenthalt? Eine Blockade auf den Elbbrücken in Hamburg. Ende März beginnt die Gruppe eine Kampagne in der Hansestadt, blockiert mehrfach die Hauptverkehrsadern von Stadt und Hafen. Komm, abhauen! Abhauen! Ich hau dir in die Fresse, du Arschloch! Ich hau dir so in die Fresse! Was machst du hier? Komm, geh arbeiten! Und ihr Arschlicksaft! Hilf das! Jetzt zieh dich! Komm, sei lieb! Ja, ja, jetzt ist mir auch weh! Lass dich nicht! Jetzt verpiss dich! Der Protest kam mit Ankündigung. Vorausgegangen war ein Schreiben der letzten Generation an den ersten Bürgermeister in Hamburg. Darin die Forderung, die Stadt solle die Ziele der Gruppe unterstützen. Geschehe dies nicht, Zitat, Wir werden in diesem Fall ab dem 14.03.2023 unseren Protest auf die Stadt Hamburg ausweiten und für eine maximale Störung der öffentlichen Ordnung sorgen. Für den ersten Bürgermeister eine klare Erpressung, auf die er sich nicht einlässt. Die letzte Generation antwortet darauf mit einer speziellen Klebermischung. Von der Straße lösen? Unmöglich. Statt Pflanzenöl kommt die Flex zum Einsatz. Mit einem Stück Asphalt an der Hand geht es für diese Aktivistinnen gewahrsam. Auch für Lars ist hier erst einmal Schluss. Für mich ist der Protest auch schon erfolgreich, wenn sich auch nur ein Mensch irgendwie damit auseinandergesetzt hat. Aber diese maximale Störung der öffentlichen Ordnung, das klingt im ersten Moment nach Erpressung und nach einer Drohung. Es soll aber einfach nur symbolisieren, das ist das, was wir jetzt anscheinend brauchen, damit wir überhaupt mal ins Gespräch kommen. Tatsächlich stießen die Erpressungsschreiben nicht nur auf Ablehnung. Ich fahre nach Hannover und treffe mich hier mit dem Oberbürgermeister Belit Oney. Er hat ein fast identisches Schreiben bekommen, mit Bitte um Unterstützung und bei Ausbleiben der Androhung von Protest. Anders als der erste Bürgermeister in Hamburg suchte Oney das Gespräch. Aus meiner Sicht war es wichtig, dass wir miteinander sprechen. Das ist besser, hätte ich gesagt, als nicht miteinander zu sprechen. Wir haben hier viele Störaktionen auch in der Stadt gehabt. Das hat schon für sehr viel Unmut gesorgt. Und ich glaube, viele Menschen haben sich auch darüber gefreut, dass wir es geschafft haben, die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes von der Straße hin in die politische Diskussion, in die politische Debatte zu holen. Und eben dann auch über Klimaschutzmaßnahmen oder fehlende Klimaschutzmaßnahmen gemeinsam sprechen können. Die Forderungen der letzten Generation lösen bei Oney keinen Unmut aus. Ein Bürgerrat Klima oder das Tempolimit auf der Autobahn seien sinnvoll und überfällig, so der Oberbürgermeister. Wir haben eine irre Trockenheit. Insofern habe ich aber auch für meinen Teil deutlich gemacht, dass ich die Störaktionen nicht teile, dass ich das nicht für sinnvoll erachte. Aber ich glaube sehr wohl, dass Sie da schon einen Punkt haben mit der Frustration, dass es beim Klimaschutz eben nicht wirklich vorangeht. Und das ist ja auch ein Frust, den wir auf kommunaler Ebene breit teilen. Das heißt, glauben Sie auch, dass die Bundesregierung eigentlich zu wenig tut? Ja. Das ist nicht nur eine Frage des Glaubens, sondern eine Beobachtung, die wir leider immer wieder feststellen müssen. Sieben Städte haben sich inzwischen bereit erklärt, die Forderungen der letzten Generation zu unterstützen. Protestiert wird dort nicht mehr. Knapp drei Wochen später. Es ist Mitte April. Ich treffe Lars in Berlin wieder. Heute soll sie losgehen, die lang angekündigte Protestwelle in der Hauptstadt. Berlin, was hast du für Erwartungen? Also ich habe einfach so Angst vor diesem Kontrollverlust. Ich weiß nicht, was heute passiert. Es könnte alles passieren irgendwie. Ich bin verdammt aufgeregt. Irgendwie so eine Situation gab es noch nie in meiner Lebenszeit. Ich habe sowas noch nie miterlebt. Und jetzt hier wirklich was verändern zu können, das ist schon was Außergewöhnliches. Eröffnet wird der Protest auf einem Get-Together in der St. Thomas-Kirche in Kreuzberg. Aus ganz Deutschland sind Aktivistinnen und Aktivisten angereist. Auch zahlreiche Pressevertreter sind gekommen. Carla! Ein Mensch vom Spiegel. Hallo! Lars ist erst einmal am Empfang eingeteilt. Hast du schon einen Namen? Dort vorne an der Tür kannst du dir eins machen lassen. Ja, da kannst du auch eins machen. Guten Morgen! Die tonangebenden Mitglieder der letzten Generation sind fast alle da. Ich treffe auf Henning Jeschke und Lina Eichler. Beide sind Anfang 20 und haben im vergangenen Jahr die Gruppe mitgegründet. Die Idee der Plan ist eigentlich von Anfang an schon in der Gründung von der letzten Generationen angedacht. Das Ganze soll darauf zielen, dass wir eben nicht nur die Klimakatastrophe haben, sondern auch die Demokratiekrise bei uns in der Gesellschaft, in der man sagt, das was hier gerade wenigen reichen, einflussreichen Menschen wichtig ist an fossilem Kurs, wird höher gehängt, als wie viele Leute eigentlich schon bereit sind, Maßnahmen zu machen. Protestformen und Managementstruktur haben sie sich nicht einfach ausgedacht. Die letzte Generation ist vielmehr Teil eines größeren internationalen Netzwerks, genannt A22. Das A22-Netzwerk bündelt ja quasi die ganzen Kampagnen, die es jetzt weltweit gibt, die das machen, was wir hier machen, zum Widerstand leisten, Forderungen an die Regierung stellen. Das machen die alle und alle in verschiedenen Ländern zusammen. Wie viele sind es mittlerweile? Ich glaube elf. Elf, ja. Und das ist ein großes Bündnis, was quasi zusammenschließt, wo es natürlich auch enge Kommunikation, Austausch über Strategien usw. gibt auf jeden Fall. Zu diesem internationalen Netzwerk gehören die letzte Generation in Deutschland, in Österreich und in Italien, Just Stop Oil in Großbritannien, dazu Protestgruppen in Norwegen, Schweden, Australien und Neuseeland, in den USA, in der Schweiz und Frankreich. Sie alle praktizieren zivilen Ungehorsam. Und sie haben einen gemeinsamen Geldgeber, den Climate Emergency Fund in den USA. Knapp eine Million Euro Budget hat die letzte Generation in ihrem Transparenzbericht für das Jahr 2022 angegeben. Maria-Christina Nimmerfroh hat den Geldfluss untersucht. A22 ist auch verantwortlich oder organisiert auf die Geldströme. Die letzte Generation hat einen recht hohen Finanzbedarf durch die Löhne, durch das Material, was notwendig ist, durch die Reisetätigkeiten der Aktivistinnen und Aktivisten in Deutschland. Was für eine Organisation, die keine Rechtsform hat, schon eine ganze Menge ist und auch extrem viel Aufwand erfordert, das dann so halbwegs rechtssicher entsprechend zu verbuchen. Zurück in der St. Thomas Kirche. Rund 900 Personen haben sich inzwischen für die Proteste in Berlin angemeldet. Lars ist mit einer mehr als 20-köpfigen Gruppe aus Dresden und Leipzig angereist. Zusammen bilden sie eine Bezugsgruppe, planen und realisieren die Blockaden gemeinsam. Und Lars hat eine Rede vorbereitet. Also ich zitter unglaublich, das hatte ich noch nie bei einer Rede. Die evangelische Gemeinde hat übrigens die Kirche für die letzte Generation geöffnet, um den gesellschaftlichen Diskurs, das Miteinanderreden, zu fördern. Für Lars geht es nicht nur ums Reden, sondern auch ums Handeln. Das haben wir gesehen. Das haben wir in München gesehen und das haben wir wieder in Hamburg gesehen. Dort gab es ein Aufschrei. Dort gab es gesellschaftlichen Diskurs. Deshalb lasst uns jetzt das verändern, was wir schon so ewig brauchen. Für alle. Denn wo wollen wir sein, wenn nicht hier. Dankeschön. Eine letzte Stärkung in der Berliner Frühlingssonne. Dann soll der Protest losgehen. Egal wie die Polizei reagiert, entweder sie lässt uns protestieren und wir rütteln die Menschen auf oder sie sperrt uns weg und wir rütteln die Menschen auf. Aber ich glaube schon irgendwie, dass Berlin sich das, was wir vorhaben, nicht bedingungslos gefallen lassen will. Gestern, später am Abend haben wir noch die Koordinaten bekommen für die Blockade, die heute Morgen hier an der Siegessäule stattfinden soll. Gleich wird also eine Gruppe von den Klimaaktivisten irgendwo von hier in den Berufsverkehr reingehen und versuchen den komplett lahmzulegen. Dann geht es los. Pünktlich um 8 Uhr versammelt sich die Gruppe im angrenzenden Park. Die Sache hat nur einen Haken. Die Berliner Polizei ist auf die Proteste gut vorbereitet. Will die Blockade verhindern, bevor die Aktivisten auch nur einen Fuß auf die Straße gesetzt haben. Lars ist bei dieser Gruppe nicht dabei. Ich entdecke ihn auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Frage mich, will die Gruppe tatsächlich direkt vor der Polizei die Blockade doch noch durchziehen? Auch die Beamten wirken unsicher, warten erst einmal ab. Dann wird es hektisch. Mit vier Beamten mehr als 20 entschlossene Menschen aufhalten – unmöglich. Die Polizei gibt nach. Die drei Fahrbahnen der Straße des 17. Juni Richtung Brandenburger Tor sind blockiert. Doch statt sich festzukleben, hat sich die Gruppe heute für eine andere Protestform entschieden. Den sogenannten Slow Walk – Laufen im Schneckentempo. Lars wirkt hochkonzentriert. Diese Ruhe, die wir auf diesen Protesten erleben, dieses unangenehme Schweigen, das sorgt ganz viel dafür, dass wir uns damit auseinandersetzen. Obwohl es laut ist, vielleicht Menschen schreiend, die Polizeisirenen, das Hupen. Aber für dich alleine bist du in einem kompletten Schweigen. Erst als die Polizei die Fahrbahn mit einem Einsatzwagen blockiert, bleibt die Gruppe stehen. Sie haben sich gegen einen Slalomlaufen um die Polizeifahrzeuge entschieden. Auch Matthias zuliebe. Ich habe ihn schon in Dresden kennengelernt und später auch in Hamburg wieder getroffen. Er ist keine Biene, sondern ein Schmetterling. Da ich durch diesen Rollstuhl besonders auffällig bin, habe ich mir die Bezeichnung Schmetterling überlegt. Während nach Bienen und Hummeln immer wieder mal geschlagen wird, wird ein Schmetterling einfach nur ignoriert. Und genau das erlebe ich auch, wenn ich auf der Straße bin. Die Menschen sehen vor allem einen Menschen im Rollstuhl, also einen Behinderten, und glauben dann, dass derjenige von der letzten Generation einfach nur instrumentalisiert wird. Knapp zwei Stunden hält die Gruppe die Blockade aufrecht. Dann gibt die Polizei die Auflösung der Versammlung bekannt. Gemäß § 14 Versammlungsfreiheitsgesetz Berlin wird Ihnen hiermit die Beschränkung erteilt, sich auf den Gehweg zu begeben. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, werden Sie mittels unmittelbarem Zwang von der Fahrbahn entfernt. Einige stehen freiwillig auf, die anderen werden von der Fahrbahn geräumt. Auch Matthias weigert sich, selbstständig die Straße zu verlassen. Ich möchte da gerne auf die Gleichbehandlung bocken. Machen wir ja auch. Das ist eine Bitte. Und ich bitte um Gleichbehandlung. Haben Sie doch irgendwo eine Bremse angelegt? Nein, Sie können jetzt Gas geben. Kommen Sie dieser Aufforderung nicht nach, werden Sie mittels unmittelbarem Zwang von der Fahrbahn entfernt. Der friedliche Widerstand, die Weigerung den Aufforderungen der Polizei Folge zu leisten, für die Beamten durchaus eine Provokation. Die Räumungsmethoden werden zunehmend härter. Wir gehen auch rüber, der Herr. Ich möchte gerne sitzen bleiben. Können Sie da drüben. Sie sagen ja, ich möchte Ihnen keine Schmerzen zufügen. Wenn ich Ihnen Schmerzen zufüge, wenn Sie mich zwingen, werden Sie die nächsten Tage, nicht nur heute, Tage, werden Sie Schmerzen beim Kauen haben und beim Schlucken. Dann bitte ich Sie, jetzt rüber zu gehen. Jetzt sofort. Ansonsten werde ich Ihnen Schmerzen zufügen. Ich sitze hier friedlich. Drei, zwei, eins, gut. Dann los. Hoch. Bei Lars werden sogenannte Schmerzgriffe angewendet. Trainierte Techniken, die gezielt Druck auf die Nerven ausüben. Die Räumung eskaliert. Die Art und Weise der Gewaltandrohung und die anschließende Anwendung von Schmerzgriffen schockiert. Ich frage mich, ist das bei im Grunde gewaltfreien Protesten überhaupt zulässig? Das wollen wir von dem Kriminologen und Strafrechtler Tobias Singelnstein wissen. Grundsätzlich kann man sagen, der Gewalteinsatz und das Schmerzen zufügen ist eine Form von Gewalt, ist auch für die Polizei eine Ausnahmebefugnis. Das heißt, die Polizei darf diese Techniken nur einsetzen, wenn es keinen anderen Weg gibt, um eine polizeiliche Maßnahme durchzusetzen. Die Polizei muss ja immer prüfen, was ist eigentlich das mildeste Mittel, um ihr Ziel zu erreichen. Und gerade bei solchen friedlichen Sitzblockaden wird das Wegtragen in aller Regel das mildere Mittel sein und sind Schmerzgriffe daher aus rechtlicher Sicht kein probates Mittel. Für Lars endet der Protest heute im Krankenhaus. Die Untersuchung dort wird ergeben, verletzt wurde er durch die Schmerzgriffe nicht. Unser Video des Polizeieinsatzes geht allerdings in den sozialen Medien viral und setzt auch die Polizei unter Druck. Auf unsere Anfrage teilt uns deren Pressestelle mit, gegen den verantwortlichen Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt eingeleitet. stelle stelle stelle